Hallo zu meinem heutigen Video, hier euer Dr. Ubuntu und ihr habt schon lange von mir nichts gehört. Ja, und ich habe mich entschlossen, wieder mal ein Sicherheitsvideo zu machen, denn diese Fragen kommen immer wieder. Die erste Sicherheit, der Sicherheitspunktaspekt, was man eben vielleicht im Vordergrund mal sehen sollte, ist der eigene Rechner. Mit was für einem Betriebssystem ich meinen eigenen Rechner jetzt hier einrichte. Ich habe hier mal schön mit Labyrinth, falls ihr das Programm nicht kennt. Ich habe das einfach mal eben in Videos, wo ich vor einem Jahr hier hochgeladen habe, auch vorgestellt gehabt. Das ist so ähnlich wie Mindmap, so ein ähnliches Programm auf jeden Fall. Und kostenlos und kostet nichts, das ist wirklich wunderbar. Und ihr könnt euch das einfach mal unter Linux Ubuntu mal runterladen. Unter anderen Linux Distributionen gibt es dieses Programm natürlich auch und es ausprobieren. Aber jetzt zum eigentlichen Thema und zwar eben Sicherheit, das Sicherheitsdenken. Also ich möchte jeden mit solchen Videos ein bisschen in die Richtung schubsen, dass sie ein bisschen bewusster ihr Betriebssystem auswählen und ein bisschen bewusster auch vielleicht im Internet unterwegs sind. Bevor es zu lang wird, dieses Video, ich werde jetzt einfach mal loslegen. Und zwar irgendwann mal entscheidet jeder oder jeder, der halt mit Rechnern arbeiten möchte und will oder muss, sich für hier irgendeinen PC. Deswegen habe ich jetzt hier einen PC genommen und hier haben wir mal die drei gängigsten Betriebssysteme, würde ich behaupten. Windows, MacOS und Linux. Ja, und vielmal macht man sich ja eigentlich eher mal Gedanken so, was möchte ich mit meinem Rechner tun. Und viele kriegen ja die Entscheidung schon, ja wie ein Vormund schon von Microsoft vorgegaukelt. Und zwar kriegt man ja, sag ich mal, 70 bis 80 Prozent der Rechner so im Handel direkt mit dem Windows-Betriebssystem. Und deswegen, vielleicht sollte man da nicht unbedingt außer Acht lassen, das Microsoft hier bei Wiki auch zu lesen. Wo habe ich das denn? Und zwar, wenn man jetzt Windows, Windows und NSE eingibt. Ja, mal gucken, ob wir da was finden. Einfach so, dann sehen wir eigentlich schon, Moment, NSE Key, da ist es, das hier könnt ihr einen schönen Artikel lesen unter Wikipedia. Da hat es irgendjemand das verfasst. Zum größten Teil stimmt es auch, hat sich erstmal durchgelesen, dass die ja eigentlich seit 1999, also 1999 hat der Chaos Computer Club entdeckt, dass, ja, im Windows so eine Türe, eine für die NSE offen stand. Also das heißt, dass die NSE Mitarbeiter eigentlich auf unseren Windows-Betriebssystemen mal reinschauen konnten, uns ein bisschen dokumentieren, was wir tun, einfach mal scannen. Und wenn wir was Auffälliges getan haben, konnten die das protokollieren. Ja, und das ist nicht übertrieben gesagt, die konnten sogar mehr machen. Ich tue es sogar ein bisschen verharmlosen. Ich möchte aber auch jetzt keine Panik hier, dass ich will nicht, dass hier eine Panik ausbricht, aber nur, dass ihr wisst, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier diese Vereinbarung zurückgenommen haben, sondern Microsoft macht da einfach weiter. Ja, und eigentlich viele, viele Firmen in Deutschland auch, arbeiten immer noch mit IBM Lotus. Lotus Notes, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Auch Notes hat hier mit der NSE schon damals so eine Vereinbarung, eine Hintertüre, wo man einfach mal reinschauen kann, so was auch im Firmenmailverkehr los ist. Und viele Menschen sind sehr leichtsinnig und sagen, ja, ich habe keine Geheimnisse, ist auch mir egal, wenn die NSE sich so ein bisschen so meine Sachen mit anguckt und scannt, das berührt mich nicht, ja. Das gibt es natürlich, solche Menschen gibt es. Und ich muss eins euch sagen, Leute, und das ist nun mal Fakt, jeder Mensch hat Geheimnisse, jeder. Egal, egal wie sauber oder so, es gibt einfach Dinge, die behaltet ihr für euch und die behaltet ihr bewusst für euch. Sei es Beziehungssachen, sei es geschäftliche Sachen, jeder Mensch hat Geheimnisse. Auch wenn du denkst, du hättest keine. Es ist nun mal so. Und das sollte in jedem Plan sein. Und es sollte auch so sein, dass jeder bemüht ist, vielleicht seine Daten für sich zu behalten. Natürlich gibt man dann ein bisschen Lebenskomfort von sich. Man kann zum Beispiel keine YouTube-Videos vielleicht hochladen oder kann sich im Internet nicht outen. Das muss jedem bewusst sein. Ich tue es, ja, aber mit voller Bewusstsein, dass ich total gläsern bin, dass man total weiß, wer ich bin, was ich tue. Und vielleicht ist das ein oder andere Geheimnis, was ich denke, was noch mein Geheimnis ist, gar nicht mehr mein Geheimnis. Ich hoffe, das war jetzt nicht kompliziert ausgedrückt, aber ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen möchte. Gehen wir jetzt doch mal hier auf diesen Punkt, den ihr wieder sehen könnt. Ja, PC, Windows, MacOS, Linux. Warum ihr euch trotzdem für Linux entscheiden solltet, ist einfach, weil Linux hat mit der NSC keine Farben im Bauch. Also, Apple hat sie auch, Windows hat sie auch. Apple weigert sich, das zuzugeben, aber Leute, eine amerikanische Firma, NSA, Windows, Microsoft, die zwei, wenn die nicht mitmachen, was glaube ich dann denn noch? Aber Linux könnte natürlich auch sein, dass da der ein oder andere Programmierer hier eine Hintertüre programmiert. Das Gute aber an der ganzen Geschichte ist, dass der Quellcode von diesem Betriebssystem offen steht. Das heißt, es gibt sehr viele freie Programmierer, die sich diesen Quellcode anschauen. Bei diesen beiden Betriebssystemen ist das nicht so einfach. Ich will jetzt auch nicht tiefer eingehen in dieses Thema, sonst wird das Video überlang. Wir können gerne diskutieren, wenn ihr unter diesem Video Kommentare schreibt. Jetzt werde ich mal ein bisschen rauszoomen hier. Und ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, Leute. Und ich möchte jetzt einfach mal hier noch auf diese Punkte eingehen, denn damit hat es sich ja nicht erledigt, weil viele sind in diesem Bereich sehr, sehr fit oder machen sich sehr große Gedanken. Doch die eigentliche Gefahr ist nicht nur das Betriebssystem, sondern in dem Moment, wo ihr das Netzwerkkabel einstöpselt oder eine WLAN-Verbindung mit eurem Rechner, Smartphone oder alles, was eben netzwerkfähig ist. Das kann auch mittlerweile ein ganz normaler Sensor sein, der eure Wohnungstemperatur zum Beispiel regelt. Sobald hier eine Internetverbindung ist, stehen alle Türen offen. Das heißt, selbst wenn hier ein Antivirusprogramm installiert ist und ihr alles verschlüsselt und macht und tut, habt seid ihr auf dieser Ebene vielleicht sicher. Aber auf dieser Ebene sieht es dann wieder ganz anders aus. Wenn ihr hier unterwegs seid, diverse Mail-Dienste benutzt, wie zum Beispiel Gmx, Freenet, Web.de und all, wie die auch heißen. Und dann eben einen Cloud-Speicher habt bei Dropbox oder Amazon oder andere Anbieter. Da gibt es ja mittlerweile eben die iCloud von Apple, die OneDrive von Microsoft. Also mir fallen da brutal viel ein, da gibt es schon noch einige, ja, oder Online-Geschäfte tätigt. Ebay ist das beste Beispiel, Ebay-Kleinanzeige, alles drum und dran. Hier unterwegs, Leute, sind eure Daten für einen, sage ich mal, durchschnittlichen guten Hacker immer greifbar. Deswegen immer überlegen, welche Dienste hier brauche ich wirklich. Hier habe ich einen Bereich gemacht, da heißt Server und zwar, ja, YouTube-Server oder andere diverse, Netflix oder sowas. Das sind ja auch, da hinterlasst ihr auch Daten, Spuren. Ihr hinterlasst vielleicht einfach mal ein paar Kontodaten, weil ihr einfach möchtet, dass da etwas abgebucht wird. Sei es jetzt auf den Servern von Amazon oder diverse andere Dinge. Da sind auch, das sind auch Rechner, die vernetzt sind und da liegen irgendwo in einer, ja, auf dem Speicher hier liegen irgendwo eure Daten, Daten, die natürlich von außen angreifbar sind, egal wie gut die geschützt sind und, ja, irgendwann mal Leute bekommen, ja, die unangenehm sind und einfach mit euren Daten Dinge tun können, die vielleicht eben für euch nicht so toll sind. Das heißt, Leute, die Sicherheit im Internet, das sollte euch interessieren. Ihr solltet euch über Mail-Verschlüsselungen Gedanken machen. Ihr solltet euch über Gedanken machen, wo hinterlasst ihr eigentlich eure Bankdaten oder Paypal-Daten oder irgendetwas, wo hinterlasst ihr das alles? Wer soll das alles wissen? Wechselt ihr regelmäßig eure Passwörter? Mail-Verschlüsselung, habe ich gerade eben gesagt, sollte unbedingt wichtig sein. Verschlüsselung auf dem heimischen Rechner ist wichtig. USB-Datenträger sollten verschlüsselt werden, das ist wichtig, finde ich. Cloud-Speicher, so gut wie möglich, so gut wie nicht nutzen, sage ich einfach. Ihr braucht keinen Cloud-Speicher. Wir haben immer noch USB-Sticks, wir haben Festplatten. Ihr braucht das nicht, aber die Leute machen es natürlich sehr einfach und man hat ja auch Vorteile mit dem Cloud-Speicher. Aber wirklich, wenn ihr es nicht unbedingt braucht, Leute, dann einfach drauf verzichten. Online-Geschäfte, ja, vielleicht könnt ihr, ich weiß nicht, wenn es geht, natürlich unterlassen. Und wenn ihr es macht, dann die nötigsten Daten austauschen, sodass auf den Servern von diesen Anbietern, wie bei Ebay oder Ebay Kleinanzeige, so wenig wie möglich hinterlegt ist, weil auch die sind, sage ich mal, angreifbar. Auch die haben Sicherheitslücken. Und natürlich Kommunikation mit anderen PCs, ja, wenn ihr zum Beispiel übers Internet, ja, mit anderen Leuten skypt oder alles drum und dran. Das alles ist natürlich hier, sobald es im Internet ist, für eine zweite oder dritte Person, ja, hackbar, erreichbar und da solltet ihr wirklich sehr, sehr vorsichtig mit euren Daten umgehen. Ihr solltet alle Sicherheitsmechanismen, die euch bekannt sind, nutzen und ihr solltet euch im Thema Sicherheit wirklich, wirklich, Leute, fitter machen. Denn die Cyberkriminalität, die nimmt wirklich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr enorm zu. Und da solltet ihr wirklich euch ein bisschen informieren und, ja, einfach bereit sein für alle Fälle. Wenn ihr möchtet, können wir natürlich gerne diskutieren. Ich kann gerne zum Thema Sicherheit einige Videos machen. Natürlich müssen wir da kommunizieren. Ich warte auf eure Fragen. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich bin raus. Euer Dr. Ubuntu.